Einen wunderschönen GEDORK und Herzlich Willkommen zu einem guten Bannner und den letzten Mal mit dem Hardcore 2.0, bitte Brustos. Hey. Ja. Super duper, was wollten wir beim letzten Part noch gerade machen? Stimmt, ich brauche einen neuen... Ähm... Huh. Denk nach, denk nach. Axt. Einen neuen Axt. Junge, das heißt, so hast du mal die neue grammatikalische Rechtschreibung von Deutschland gesehen, im Duden-Gläsen. Nee. Da steht drin, if you want to speak good Deutsch, you must learn to speak bad Deutsch. Wenn du scheiße Deutsch sprechen kannst, kannst du auch gut Deutsch sprechen, weil, wenn du scheiße Deutsch sprichst und weißt, dass es beschissenes Deutsch ist, dann kannst du auch echtes, richtiges Deutsch, denn sonst wüsstest du ja nicht, dass dein schlechtes Deutsch scheiße ist. Das ergibt voll Sinn, Alter. Eigentlich ergibt Sinn. Wow. Wenn du scheiße Deutsch sprichst, aber weißt, du sprichst scheiße Deutsch, dann weißt du, wie richtiges Deutsch geht, sonst weißt du nicht, dass es falsche, falsche ist. Denk mal ein bisschen drüber nach, meine Damen und Herren, meine sehr verehrten Zuschauer. Alles klar. Denk heute mal drüber noch. Das wollte ich ja nochmal... Oh, oder hast du das gemacht? Ich glaube, das hast du angefangen. Was? Treppen an den Ränder der Treppen zu machen. Achso. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Ja, dann bleibst du halt unten. Sieht auch nicht so schlecht aus. Ich brauche Futter. Mutter! Ja, ich so gerade. Ja, ich habe eh noch 17 Brödels. Ja, eigentlich. Das reicht auch wieder kommen. Ja, tut's auch. So, denn ich wollte mal was abchecken, wie es aussieht. Und zwar, wenn ich... Ähm... Ja, ihr könnt es schon ahnen. Ich mache nur ein kleines bisschen... Ähm... Vorarbeit. Alter, nirgends Äpfel. Sag mal, haben die die Haus genommen oder so? Dann würde ich gucken, wie es aussieht. Mal ganz im Ernst. Ja, natürlich guckt... Ja, kann echt sein. Ich habe bis jetzt zu viele Bäume abgefällten und kein einziger Apfel. Das kann noch gar nicht sein. Ja, dann würde es denke ich so sein, dass sie die entfernt haben. Ich meine, sonst... Kann ja nicht sonst nicht. Kann ja keinen anderen Grund haben. Äh... Das war ein Fail, glaube ich. Ich kann mich auch nicht dran entzinnern, dass wir schon mal einen... Daran erzinnern? Entzinnern. Ach, ja. Und ich komme nicht mehr zur Verfügung. Da wird es nicht schwer. Warte, du müsstest hier sein. Perfekt. Alter, ich habe Baukünste. Alter. Fuck. Das ist doch hier wirklich mal in den Kopf... Nein, prellen. Prellen. Was für eine geile, super Baukünstlich bin. Die Welt wurde gespeichert. Ich war lang wirklich... Ich war lang nicht mehr so kreativ wie in dieser Minecraft-Serie. Also, wie in Hardcore jetzt. Aber es ist gefährlich. Da vergisst man noch manchmal. Das ist eigentlich ein Schadkreuz. Das ist gefährlich. Ja, wenn man wirklich so sicher lebt, wie wir es tun. Ich bin immer noch krank, denn es ist immer noch derselbe Tag wie von Part 23, wo wir aufnehmen. Also, das ist doch schön. Das ist klasse. Ey, das ist langweil mich, dass ich in die Löcher da jetzt springen muss, um jedes einzelne Ding rauszuholen. Der letzte war an der Kiste. Dann würde der leer werden. Dann der frei. Ich glaube, ich habe es nach Hause gefunden. Und bringe Holz und Essen mit. Wie ein richtiger Mann früher. Wie eine Schwuchtel. Früher war das aber ganz normal. Ja, dann versuch heute. Heute macht man das auch noch, wenn man so ein richtiger Mann sein will. Dann machen wir sowas heutzutage auch noch, oder? Ja, aber früher war das ja voll normal. Gut, dann gehst du jetzt mal bitte zu deiner Mutter ins Wohnzimmer. Und sagst dir, Mutter, ich gehe jetzt raus Bäume fällen und Tiere. Und jagen. Das ist einfach irgendwelche Tiere. Die heutzutage würden sie dich, glaube ich, gleich in der Clubs einweisen. Früher war das ganz normal. Ja, schon. Das ist so ein kleiner Insider, Leute. Weil wir haben ja einen Lehrer. Und der sagt halt durchgehend, wenn irgendwas passiert ist, was für heutzutage ungewöhnlich ist, aber früher ganz normal war, dann sagt er halt immer, das war ganz normal. Das sagt er halt jedes Mal. Aber du musst dir mal vorstellen, wenn du es mit dem Blatt nimmst und das halt biechst. Alter, ja, wie oft er sich wiederholt. Das ist krass. Das ist echt heftig. Ach ja. Ich glaube, kein Lehrer, also wirklich kein Lehrer wiederholt sich so oft wie der. Das ist echt krass. Das ist heftig, Alter. Der wiederholt sich jede Stunde. Erzielt dir denselben Geschmarrn. Geschmarrn? Geschmache? Das hat wirklich sowas schon so, so eine leichte... Nein, Alzheimer kann man nicht sagen. Ja, Alzheimer nicht, aber... Die ersten Anzeichen können es sein. Ich hätte das gleich so machen sollen, das sieht viel geiler aus. Ich mache mal eine kleine Holzkiste. Die packe ich mal oben hin. Geil, Größe. Das ist geil. Das ist immer so geile, coole Idee. Dann hast du auch immer direkt Holz. Da piss ich aus meinem Haus. Ich bin doch gar nicht mehr hier. Ja. Stimmt! Ey! So, die packe ich mal hier hin. Fängst du jetzt an, langsam in ein Lager zu bauen? Ja. Gut. Ist der Berg schon abgetragen? Nee. Das war natürlich klar. Ich fahr grad Holzfarm. Ich mach noch mal eine Schaufel hier dran kaputt und dann kaputt und dann kaputt. So. Huh? So. Hm. Kaputt. Muss weiterarbeiten. Oh nein. Ey, das sieht gut. Das, also... Das sieht aber gut, ähste. Das sieht wirklich super aus. Hammer geil. Leck mich doch am Beberzenloch. Alles klar. So, aber jetzt, hier wird's knifflig. Hier wird's knifflig. Da muss ich die Struktur beibehalten. Hier kommt einer raus. Und hier wird einer raus. Hier wird einer raus. Hier wird einer raus. Und die Spitze wird weiß. Schön. Hm. Aber trotzdem komplizierte Sache. Komplizierte Geschichte. Wie wir das Ganze jetzt... Das ist perfect, 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 perfect. Kniffliger wird's jetzt. Oh. Oh, Lore. Ach, scheiße. Jetzt muss ich auch erstmal umgehen. Verdammte Haxe. Junge. Ja. Es ist verfickt unnötig, was du allgemein jemals in diesen Let's Place machst. All. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Wo diese durchgezogenen Linie auch schlecht aus ist. Hm. Nee, mach mal ganz, mach mal ganz, mach mal ganz. Das sieht einfach besser aus. Ja. Wenn du nämlich überall dann durchziehst, dann sieht's gut aus. Perfect. Perfect. Oh, die Brot sind richtig schnell. Und umlassen. Äh, Futter. So, neues Holz, frisch Holz. Wer hat auch nicht mehr, wenn du mal... Ich brauch doch Holz. Und kaputt. Futter hab ich vielleicht noch... Weißes. Oh, weißes Holz zu suchen ist malig. Das ist immer scheiße. Ich hab doch ne Holzkiste hier. Chillig. Schon. Der Weg muss auch mal hier. So, pass auf. Was zum Wasser einmal so ganz zufällig nehmen. Ein Wasser einmal. Na klar. Echt? Nein. Oh. Ich dachte schon. So würde dann der Weg einfach ganz normal weitergehen und dann tanzen. Ich baue mal diesen scheiß Baum auf. Den nervt der richtig. Also in unser Lager rein. Das wie der hier. Perfect. Ah, den Weg, den können wir gleich mal... Ups. Den können wir gleich mal durchgehen. Junge, was machst du da? Ich baue den Baum da über die ab. Verpisst dich doch von meinem Gesicht. Der ist ja richtig nervig. Junge, du bist nervig. Oh, der ist klar. Zack. Ey, das sieht gut aus. Das sieht schön aus. Das sieht doch schön aus, wenn das Ding da oben weg ist. Ja, die weiß aber... Schillig. Ich glaube, du bist richtig gesund, könnte es sein. Schon. Ich werde aber auch nie richtig krank. Ich werde immer nur so leichter Kälte. Und dann war es doch schon wieder. Das ist schon komisch. Ja, dann mache ich mir mal schnell ein Wasser. Oh, ne, ein Eisenfehler. Das ist zufällig ein Eisen. Das ist in deinem Inventar. Für dich nicht. Jetzt bitte. Danke. So. Was ist das denn jetzt? Ich lege einfach mal den Rest in deine Truhe. Ja, wie habe ich das gerade gemacht? Hä? Alter, wie vorbei bin ich zurzeit? Das ist ja krass. Heftige Sache. Hier ver... Gut. Sechs. Du bist aber heute großzügig. Sechs. Ja, ich habe nicht mehr. Alles sechs. Und League of Legends. Oh mein Gott, ein Creeper. Alter, das ist voll kompliziert, gerade hier alles abzubauen. Ich blick da echt nicht gescheit durch. Hattest du nicht hier irgendwo mal Wasser? Hast du gesagt? Ah ja. Cool. Ja, diese unendlichen Quellen am Feld. Obwohl, es sieht besser aus, wenn der Rand durchgeht. Das sieht jetzt... Ja. Ja, das machen wir so. Den machen wir wieder normal, weil dann sieht das so... Hm. Wie soll ich das erklären? Schöner halt. Besser halt aus. Jetzt muss ich... Gut. Wie das aus. Das ist doch richtig komisch aus. Schön. Das ist verdammt. Alter, da kommen jetzt richtig viele Tiere. Perfect. Ja, das sieht du da. Alter, ich würde schön. Wo? Hier oben. Warum? Keine Ahnung. Ich glaube, ich gebe die an. Zack. Hm. Ich glaube, ich sollte anfangen, meine Wand zu bauen. Damit käme die Tiere schon in meine Wüte kommen. Mach dich. Zack. Was ist denn das hier? Ach so, das wird dieses... Hm. Diese Pool, muss ich sagen. Wohnzimmer. Zurzeit noch Pool. Bald Wohnzimmer. Okay, schon mal überall. Kein Gras mehr. Schon mal gut. Schon. Ich glaube, das wird wirklich eine echt schöne Welt, man. Ja, freut mich. Also, ich finde, ich glaube, die wird echt schick. Hier sieht ja auch nicht schlecht aus. Auf ein Allee-Filet. So, wie du langweilst. Es ist so unnötig einfach und es ist so unlustig. Hä? Ah, scheiße. Aber Holz. Ah, das ist. Es gibt ja immer noch die Holztruhe. Schön für die Holztruhe. Ey, kannst du mich bitte einfach... Ey, Alter. Wirklich, Mann. Fuck, du machst die ganze Zeit nur Scheiße, Mann. Das nervt. Jetzt lass mich bitte einfach, einfach entspannt und organisiert mein Hausarbeiten. Und mach doch einfach mal dein Zeug. Such dir doch mal eigene Baustellen, Mann. Als wäre das jetzt schlimm gewesen. Ja, aber Junge, du machst die ganze Zeit nur immer irgendwas bei mir, irgendwas in meine Nähe. Egal, was es ist, man suchst doch irgendeinen Drang. Ja, aber nicht, wenn ich ohne bin. Du brauchst irgendeinen Draht, irgendeinen Rat. Junge, brauchst du Hilfe in deinem Leben. Alter, du suchst die ganze Zeit Nähe. Ey, ich hab die da eben nicht. Du bist ein bisschen ähnlich wie ein Schwuchtel, aber ein dicker, Alter. Schau mal, wie unnötig. Da machst du da unten Wasser. Was hast du davon? Was ist daran lustig? Was ist daran lustig, André? Ja, aber wer lacht darüber? Also ich nicht. Ich tue es nicht. Wir sind zwei Personen. Wenn man zwei Personen ist und dann einen Witz macht, sollte man davon ausgehen, dass die andere Person zumindest darüber lachen könnte. Aber wenn diese es dreimal noch nicht getan hat, über deine unnötig unlustigen Dinge, dann wird sie auch beim zehnten Mal nicht lachen. Verstehst du, André? Ach, das ist der Sinn bei einem Witz. Ach so, ja, das wusste ich nicht. Also bitte. Ich wechsel Schule. Okay. Da muss ich deine Fresse nicht mehr sehen. Deswegen Schule wechsel. Das machst du wirklich, aber seit zehn Parts, Mann. Machst du immer irgendwas bei mir, irgendwas unnötig und unlustiges. Mach doch wenigstens was Lustiges. Ja, du lachst da immer drüber, Alter. Jetzt kann man denn Minecraft... Dufe Dinge von dir an... Ja, stimmt, es gibt gar nichts in Minecraft, was nicht lustig ist. Da hast du recht. Du hast recht, stimmt. Gibt es nicht. Ich habe auch noch nie was in Minecraft gesehen, was lustig ist. Außer gestern. Ja, was war denn gestern? Ja, keine Ahnung, dein Gesicht. Schön. Ich mach dich mal an. Ja, das war schon dann so was, als würde ich das mit diesen Part haben. Super. Alter. Ey, die sollen wirklich... Oh mein... Ja, das wäre so eine geile Idee. Oder das Plugin hole ich mir einfach aus Prinzip, dass man... Ähm... Türen verriegeln. Was man nicht reinkommt. Oh, das ist ja cool. Das bringt dir im Singleplayer nur nicht viel. Und Brösel, du hast nun mal kaum Freunde, also spielst du die meiste Zeit Singleplayer. Also, hat das nicht den stärksten Sinn? Hä, ich spiel fast gar nicht im Singleplayer. Hä? Ja, online natürlich, Junge. So was hier. Aber wenn du mal was spielst, spielst du es meistens allein. Weil du einfach einsam bist, André. Okay. Das war schon wieder mit diesem Part, wir sehen uns beim nächsten Mal, aber dann werde ich alleine aufnehmen, weil ich keinen Bock mehr auf den Kellab. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Die Fresse, du darfst nicht Tschüss sagen, weil die werden sich nie wiedersehen.